Leute, seid gegrüßt in meinem neuen Video zu Borderlands 2. In diesem Video zeige ich euch das einzige Kammer-Symbol im Bloodshot Stronghold. Das befindet sich ziemlich mittig auf dem Damm. Wenn ihr an dieser Stelle angekommen seid, rennt ihr hier einfach um die Rampe rum. Und dann ist es hier an der Wand. Viel Spaß dabei, macht's gut, ciao!